Ja, weil ich noch nicht für Geier bin. Ja, die war verbrauchig. Warum sammelt der eigentlich automatisch ein? Das haben sie ja jetzt geändert, wa? Echt? Warte mal, ich hab gerade Explosivschaden gemacht. Okay, gut, dann warte ich jetzt nach Ohnaussicht. Boah ey, komm, was wirst du hier? Warte, 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 warte. Huuu, danke schön für Follower. Hier, einmal. Einmal, einmal. Hey, pass auf, Faduma. Pass auf. So, weg hier. So, ich hab zwei Schallgedämpfte. Der ist irgendwo ein Feind. Ahja. Ach, scheiße. Aber es läuft. Der Stream läuft wieder. Und flüssig. Und flüssig. Und sie. Sauber. Ah, leichte leckte ich noch. Boah, das ist nicht so schlimm. Boah, die Dinger machen ja übel Schallen. Ja, ich hab jetzt in Ordnung... Ohne. Ah, Ronny, stell dich erst mal wieder auf, du guckst ja eh hinzu. Was sagt er? Was hat er gesagt? Und wo? Wo ist noch ein kletternsignal, Arthur? Ja, aber da werde ich oben hinbekommen. Ich weiß auch nicht, wie es da rein geht. Geht mir nämlich oben an. Ah, der Batman, ja genau. Ich weiß nicht, wo da ist eigentlich. Komplett oben auf dem Berg. Hä? Ich habe gerade für irgendjemanden die Mitte, Park 100 oder so? Hier, auf dem Berg. Ach so, okay. Du musst aber drei in einer Runde schaffen. Das heißt, wenn die erste Runde zusammenzieht, gleich hin nach. Hier liegt ein goldenes Gart. Hier, gerne. Und ey, wie ist es nicht? Hat er umgenommen auch Tränke oder so was? Schlupfen? Nee. Ich habe Schlupfen. Äh, wo bist du? Wo kannst du mir die nehmen? Weil dann würde ich probieren, den Dick dazu holen. Ich bin so ziemlich in der Mitte. Ich habe einen Greifer. Einen Greifer. Scheiße, ich würde die nehmen, aber... Mann. Warte mal, machen wir so. Einfach nur benutzen. Einfach? Einfach? Einfach nur benutzen. Einfach nur benutzen? Ja, einfach nur benutzen. Ah ja. Ah, jetzt komm. Okay. Da ist der Kacke Fahrer. Ich bin jetzt noch zu ihr, Frau Händler an. Mann ey, ich brauche doch Scheidung. Ich schaffe es doch nicht von dem Berg. Ich bin gerade mein Lootlake und bin fast wieder tot, Alter. Pfff. Uuuuh. Würde ich selbst nicht mehr mitnehmen, aber bringt ja das. Wie darf ich Ihnen das sagen? Du Scheiße. Oh, fuck. Danke, Ronny. Danke, Ronny. Uh. Ich habe einen eliminiert. Ja, das ist ein. Kannst du keinen gemacht. Mit der Blackscore. Ich brauche keine Pumpe. Ja, vor dir. Vor dir. Vor dir. Vor dir sind Feinde. Links. Die sind gerade hier so. Ich sage mal so. Runter, ja. Die sind sich hier runter. Wow. Scheiße. Alter. Wenn das nicht so lecken würde, würde ich mich richtig freuen. Ich brauche erstmal noch Gucken. Ja. Ja. Ich bin noch da. Hier. Ich wollte mir schnell den Schaden machen. Danke. Ich wollte mir schnell den Schaden machen, nachdem ich gegen den Bruder da hinbekommen. Wo oben? Ach da. Und dann landst du Ordnung. So eine Zuckergasdinger. Was? Ich wurde weggesniped. Du auch? Nee, er hat mich Wodkampf geholt, Alter. Oh. Oh. Ich habe jetzt drei Aufgaben fertig. Ist die ein Paradell um ähm ... Ach so. Sie sind irgendetwas mit Joker? Weiß ich nicht. In der Gashalle. Weil du entschärfen musst. Wenn du halt entschärfen musst ... Guckst du recht für die Neuaning? Ähm ... Ich habe jetzt drei Aufgaben für dich. Da ist ein Schlürfer, ich kann es jetzt probieren. Nein, 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 nicht mehr, ist klar. Ja Ronny, kannst du mir ja einen neuen Rechner kaufen, ich habe nichts dagegen. Nein, nein. Hat der zu klägerweise noch solche Wurfdinger? Nein, ich hätte meinen eigenen Rechner kaufen. Nein, Wurfdinger haben wir gar nicht. Den Jumping habe ich, ich muss den Schlürfer schaffen. Das ist heute ein Curl. Das ist heute ein Curl. Das müssen Sie jetzt tun. Warte. Da drinnen in der Bucht ist der Trainer. Wo hat der gesessen? Im Häuschen. Wo seid ihr denn schon gerade? Wo bin ich denn? Ich versuch den Scheiß Ding noch zu holen. Ich bin ja nicht mal weit weg. Ohne macht so gut, der war Scham jetzt. Der ist nix. Und ich wäre fast da ich wieder weg. Geil. Außer einer steht Dosische favorites die hat sich ein Unzeraden erwurte. Weiß ich nicht, deswegen hab ich ja gefragt. Ich hab die Karte nicht. Abflug gehst du doch oder nicht? Pfff. Äh, wonach guckt ihr? Ich glaub, dass wir den Flieger so entschärfen müssen. Wär schön, wenn man einfach bloß zusammenhängt. Ja komm, ich hol den hier. Komm mit. Ja, ich bin jetzt gleich los. Oh, Eliminierung hab ich fertig. Ja komm, hier. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Danke. Der die Erste? Bei dem, bei dem Pavillon. Im Pleasant ist es okay. Können wir uns schärfen. Kann so geil wurden, André. Im Pleasant, bei dem Pavillon. Pavillon? Ja, genau. Da geh ich mal hin. Da geh ich mal hin. In der Mitte. Ja. Uiuiuiuiuiui. Ja, die nimmt aber unten die Watt ab. Das meine ich ja. Ich schick dir Watt. Ich bin in der Mitte. Wo denn da? Bei dem Pavillon, an der Seite. Ja, wo? Doch, 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 doch. Ich bin in der Mitte. Das ist nicht die, die nicht die. Oh, scheiße. Ach, der nicht. Hey, die haben wir dann schon mal gehört. Hm, dud. gut Da können wir jetzt in Ruhe... Ah, jetzt fährt es weiter. Wo fliegen wir jetzt hin? Boah, er klaut mir schon mehr. Ich mach mir nur jetzt das dann. Da oben. Boah, ich muss mir kurz hinstellen, damit das überruhigt hier. Was für Ticks macht denn das? Ja. Ja, ist krass. Doch, komm, die Uhr geschafft, Alter. Mach danach, Jante chillt. Hey. Entschuldigung, der ist in einer Wüstehaut holen. Ja, guck mal, ey, guck mal. Ein Abüstehaken, plötzlich mal. Ja, guck 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 mal. Ja. Okay. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ciao, ciao. Schlafen.